du bist ein karamellfarbener und nicht blutig schön dass du blutig bist nicht toll wir verhungern doch jetzt bis nach da oben hier sind bären ach nee keine bären irgendwas habe ich aufgesammelt ach doch ich bin covered in blood was bist du doch in blut gecovered bist du ein cover album ab in den teich springen nach hier unten aber das war nicht der teich magst du mich mal aufheben kommen dankeschön dankeschön low energy du bist ungar hey leute und damit herzlich willkommen zur nächsten runde wir laufen gerade wieder zurück wir haben spaziergang macht es genau wir waren gerade einkaufen kommt haben uns mal die map angeguckt ja wir dachten wir laufen mal kurz für die ganze mit was ist denn das ein tolles konstrukt hier das ist ein sack mit lauter totenköpfen drin hier drüben ist auf jeden fall ein höhleneingang ja den haben wir noch nie gesehen oder hast du den schon gesehen doch da war ich schon ach so aber rein will ich jetzt nicht ok ok leute auf jeden fall werden wir die höhle noch erforschen weil wir sind ja höhenforscher ich bin gleich schon wieder tot glaube ich weil du irgendeinen scheiß gefressen hast auf jeden fall bauen wir heute weiter und da oben rennen schon wieder viecher rum nicht in ernst doch ich habe gerade eben schon wieder eins gesehen so dann snack ich mir erstmal ein bisschen medizin gehen wir gerade mal kurz zur heilung so ich soll vielleicht auch mal fixen snack essen so ich hab gesnackt sind hier schon wieder irgendwo bären gewachsen so auf jeden fall wollen wir heute ordentlich weiter bauen mal gucken wie lange wir dabei nicht gestört werden zwei sekunden das ist durchaus möglich ja das heißt wir bauen heute erst mal die mauer fertig komplett rundherum bin auf de weg ich bin komplett full komplett full der vogel hat geschissen ja ich bin gerade auch komplett satt und voll mit leben so die mauer fertig planen freust du dich darauf dass jetzt gleich noch mehr wird ich muss eine fertig und sofort kommen guck mal ist doch gerade eins fertig geworden hab ich doch gehört doch was so einmal ein bisschen drüben ziehen so nichts mehr zu tun finde ich gut fertig so hier machen wir noch eine tür rein so ein kleines stückchen besucher besucher wo denn ach ja gehen wir drauf schon auf dem weg die haut ab die haut weg verpiss dich wir wollen hier keine besucher da kommt noch einer da kommt noch einer oh jetzt hab ich zwei du hast zwei und ich bin schon wieder fast down dann renn weg dann renn weg auch nicht nur du bist fast down und ich bin down ach was ist denn nur los mit uns warum sind wir so schwach schaffst du es mich aufzuheben oder soll ich einfach restarten ich geh erstmal hier hoch und machen wir eben kurz heilung ja gönn dir heilung das heißt wir brauchen auf jeden fall bessere verteidigungsanlagen rundherum beziehungsweise auf unserem ganzen gelände verteilt so hier unten sind wir schon mal einer zwei ich glaub du solltest ich restart einfach vielleicht gibt es jetzt wieder was im Flugzeug ja ach schade er packt nicht mehr ne 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 Och ne. Ach was. Bin gerade beim Berg runter gesprungen. Ich bin schon wieder gestorben. Das ist ein Knaller echt. So. Hier zwei. Jetzt darf ich doch zwei Totenköpfe haben. Na klar. Bei mir sind jetzt hier gleich wieder welche. Ich bin auch schon wieder kurz vorm Verdecken. No. Und ich fall schon wieder bergrunter. Och Mann. Du sollst das vielleicht mal landen, wo du laufen darfst und wo nicht. Ja nicht nur das. Ich hab ja Schiss vor dem Vieh, weil mich das schon wieder erschlagen wollte. Da waren schon wieder zwei hier bei mir, weißt du. Ich hab gar nichts. Ja ich hab hier unten immer noch zwei oder drei die auf mich warten. Ich bleib erstmal Flugzeug drin, bis hier draußen ruhiger wird. Das ist ruhig draußen. Eins, zwei, drei, vier sind hier unterwegs. Zwei verpissen sich gerade wieder. Yay. So, die Blau muss jetzt sterben. So, hier darf ich nicht runterspringen. Einmal tot. Kommt er. Ich glaub wir bauen uns einfach auch mal da noch ne ne Autobahn. Quasi. Wo du direkt über diesen Schlund hier drüber kommst. Wenn du wieder tot bist. So, jetzt hab ich mich schon mal einen Stock. Okay, sterben. Sterben. Sterbi. Tod. Ich hab sie beide getötet. Yay. Du bist ne richtige Killermaschine heute. Ich auch. Ich kill mich die ganze Zeit selber. Hier ist aber noch irgendwo einer. Yay. Da. Noch zwei. Wollt ihr mich verarschen? Noch drei. Verpisst euch. Was ist denn was los mit denen? Warum sind da so viele? Hat man noch gar nicht viele. Ja, schön. Schönen Dank auch. Ja. Die sind zu dritt gerade auf mich losgegangen. Da werde ich kaum was machen. Na klar. Und es ist Nacht. Sind die direkt unter Baumhaus? Ja. Das heißt, ich kann da auch nicht hinlaufen. Ich bin eh One-Hit. So, ich bin gleich schon mal bei meiner Leiche. Bone-Basket, Arrow-Basket. Du kannst... Im Inventar musst du den bestimmt craften. Na ja. Guck mal, ob ich hier irgendwas finde. So. So, Medizin. Ich probiere ans B zu kommen, ohne zu sterben. Jawohl, wieder Heidelbeeren da. Ich habe keine Stücke mehr. Sind die noch bei dir unten? Ich will gerade keine. Okay. Dann komme ich fix zu dir. Hallo, Jürgen, warte mal mal ein Stück. Und ich höre schon wieder welche. Schnell hoch. Hups. Ich dachte, ich habe nur einen Stock. Obend kommt ein Leuchttyp. Vorm Berg. Also lange, lange sollst du nicht mehr unten bleiben. Ich kann zwei Stöcker kombinieren. Was habe ich jetzt, wenn ich das kombiniert habe? Mit Klebeband? Der Zwille. Was? Ja. Cool. Cool. Ne, getroffen habe ich glaube ich nicht. Doch, er kommt auf jeden Fall in unsere Richtung. Läufe. Zwilli war Stöcker, Klebeband und Strick. Habe ich reingepackt. Hast du auch schon eine? Ne, ich habe keine Stöcker. Achso. Warte mal. Dann nehme ich mal das Tablet in die Hand. Obwohl, ne, ich muss es ja hier kombinieren. Und das war das. Ja. Reicht ein Stück. Ein Stück. So, da ist die Zwille. So, jetzt muss man doch irgendwie noch einen Bogen. Mit was das ist jetzt gemacht? Mit Klebeband. Und zwei Stöcker nur wahrscheinlich. Ja. Ich baue noch was. Ah. Stick Bag. Krafte. Bow. Bow ist ein Strick. Dann irgendein Stoffding. Das, achso. Das. Das. Ja, ich habe einen Bogen. Wie? Äh, ein Stock. Ja. Ein Seil. Also, musst du zuerst ein Seil machen. Hab ich. Und dann ein Stoffding. Jetzt brauchen wir halt nur noch Pfeile. Was denn das? Was ist was? Dieses Geräusch. Das Schneid nicht gehört? Ja, doch. Da hinten. So riesen fetter, so riesen fetter Olga. Mit acht Armen. Die läuft da den Berg hoch gerade. Warte, jetzt nehmen wir nochmal die Zwille in die Hand. Gucken, ob ich treffe. Klar, jetzt rennt der unter das Haus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der ist unterm Haus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe immer Angst, dass hier vorne runterlaufen. Treffe ich dich schon, ey? Klar, was die auch immer direkt unterm Haus wollen. Macht überhaupt keinen Sinn, dass ihr euch unters Haus stellt. Und hast du jetzt einen Pfeil? Ja. Alter. Pfeil und Bogen. Ich glaube... Jetzt ist dann bloß die Frage, wie spanne ich den Pfeil? Ja, mit R. Und wenn du loslässt, schießt du. Gut, dass es anzeigt, wo ich ihn schieße. Ja, das siehst du überhaupt nicht. Ich glaube, ich schieße auch hier Vollgas davor. Vor die Wand. Ja, doch. Hier oben liegen ein paar Steinchen. Stimmt. Aber meine Pfeile sind irgendwo anders. Kannst du wieder aufheben? Ich weiß es nicht. Jetzt müsste ich es mal wieder finden. Aber ich komme ja auch nicht drüber über das... Also ich kann hüpfen und schießen, aber das... Da. Ja, komm. Lass ihn schlafen gehen. Warte. Jetzt. Jawohl, ich habe getroffen. Gegen Kopf. Ratsippen. Ratsippen. Guten Morgen. Morgen. Guck mal runter. Ich bin am Verhungern. Ciao. Also hier unten wird mir die ganze Zeit irgendwo ein Stock angezeigt. Ha, endlich. Da gibt es halt ein bisschen vergiftetes Fleisch. Das ist noch so viel Holz, was fehlt, ey. Oh, verzeihung. Das ist schon leicht krank. So, das schraube ich mir mal wieder in den Wagen. Ich gehe Bäume fällen. Auf unserer Lichtung, wo schon wieder was nachgewachsen ist. Krass, sehr schön. Ballerumfeld. Puff. So, der hier drüben. Und hier ist noch ein dicker. Zack. Ah, jetzt kommt die Animation, dass ich durchhacke. Habe gehackt und es flog ihm zwar Späne, aber es kam nichts. Kein Schlitzbaumfeld. Alter, der hat sich aber richtig geil gedreht, weil hier dieses Ding davor stand. Oh, da war ein Strick dran. Wer baut denn diese Dinger immer? Na, die Viechers. Ja, aber bauen die die später aber nochmal neu? Keine Ahnung, vielleicht. Bist du schon wieder auf dem Weg nach oben oder was? Natürlich. Okay. Dann mache ich hier einen kleinen Sammelpunkt, wo ich das ganze Holz schon mal für dich hinlege. Denn Holz ist Holz. Na, 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 na. Hier ist noch so ein Ding. Da kann ich immer schön Dings raus. Stricke. Wo? Achso. Aus diesen Ständern. Hat Ständer gesagt. So, jetzt wird ein Baum direkt auf uns. Achso, du bist ja noch nicht hier. Ah, hier ist schon wieder ein Kerl. Soll ich kommen? Na. Du hast einen, der hat schon wieder ab. Okay. Komm zum Papa. Verpiss dich. Okay, ich habe einen großen mit Feuer auf dem Rücken bei mir. Und zwei sind es, glaube ich. Ich bin gleich wieder tot. Da will ich auch nicht sterben. So, ich renne weg. Ich bleib natürlich am Holz hängen. Ich komme im Wagen. Okay. Siehst du noch einen hinter mir? Nö. Ah, jetzt kommt einer. Nö, haut wieder ab. Gut, dann. Ich glaube, das ist meine vorletzte Medizin, die ich habe. Hm. Während diese Viecher nicht gehen, wäre das so ein tolles Spiel. Du bist ein. Direkt vor dir. Ja. Habe ich nur in dem Moment nicht gesehen, weil ich das Holz links hatte. Ist noch Platz? Müsst du noch was drauf gehen, ja. Jetzt, nee, ich habe nicht mehr in der Hand, deswegen kann ich ja nicht mehr drauf gehen. Ich müsste auch voll sein. 3 und 4 und 3 und 2, ja. Was ist im Spiel? Da geht noch was drauf. Da geht noch was drauf. Nein. Nein, es ist ein. Nein, es ist ein. Es ist Prima. Wie. Vassalonia. So, einen schönen guten Tag. Ich habe gewollt ein bisschen Holz wie sie mitgebracht. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön für das Tor. Immer sehr, ne. Wo stehen Sie denn? Da stehen Sie. Direkt hinter Ihnen. So. Ich hoffe, der baut jetzt nicht die Turm, sondern die Mauer weiter. Ja, macht er gut. Guter Junge. Aber wir sollten vielleicht, ich muss die Mauer nochmal umbauen. Denn, da bauen wir hier ein Tor an die Mauer, das mit dem Wagen auch reinkommen. Das machen wir hier oben daneben. So, die Lichtung wird auch immer größer, sehr schön. So. Und wie ging das mit dem großen Tor bauen? Ja, genau. Wisst du das nicht mehr? Nö. Das ist circa ein Jahr her. Ganz genau ein Jahr her eigentlich. Boah, krass. Was kann man das nicht irgendwie hier mit? Ach, da liegt auch noch Hülse rum. Nee. Das nicht. Ich habe ein bisschen was vorbereitet beim Fällen. Ja, unten am Strand liegt noch. Wo ist das da hingekommen? Es muss ja irgendwie... Drei auf dem Weg zum Strand. Und einer zu mir. Einer zu mir, ja. Das ist eine Nacksche. Da rennt wir doch runter. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ich bin schon wieder fast einfach verhungern. Du musst sterben. Klar, die rennt weg, die Blüte Olga. Olga. Die kannst du dir. Was? Die hat ordentlich Schiss. Ach ne, jetzt rennt sie ganz weg. Ah, da unten am Stand läuft noch einer rum. Ach ja. Das ist vielleicht Olga. Könnte Olga sein. Ja, die blutet schon. Hier liegt aber einiges an Holz rum. Die hat mich gehauen. Sag mal, spinnst du? Jetzt geht es aber zu weit. Aua. Schaffst du's? Ich ballere sie gerade ab. Zwilling-Skills verbessern. Okay. War vielleicht nicht so gut die Idee, das mit der Zwille. Worum? Wenn sie direkt vor einem steht. Ich kann ja gerade auch die Waffe nicht wechseln. Ich muss kurz was essen. Ich muss kurz was essen. Olga ist tot. Danke. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Da kommt noch ein... Oh, da kommen noch zwei Horstes. Drei. Ja, beide auf mich. Na klar. Bei meinen Lebensschweife jagt. Da kommt auf mich zu, oder? Ja, klar. Ja, ich war gerade am Waffe ausrüsten. Ich bin tot übrigens. Hallo. Leck mich. Ich kann nichts machen. Weil ich den einen aufgehoben habe. Hast Olga aufgehoben? Oh, oh. Äh. Die sind zu zweit. Ich bin tot. Okay. Ja, Leute. Viel haben wir heute nicht geschafft. Aber davon ganz viel. Davon ganz eine Menge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Viel Spaß. Hau da rein. Tschüss.